Ja, 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 wollte alle meine Schwierigkeiten erzählen, alles, was ich als französischer Migrant nach Deutschland kam. Ja, also meine allererste Reise war Berlin. Da kam ich mit einer Berlinerin zusammen, Gertrude. Ja, da waren wir in einem Restaurant und wir haben gegessen und getrunken und da sag ich, bitte schon bezahlen und wir reden weiter, bla 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 bla. Plötzlich kommt die Kellnerin an so'n Tisch und sagt, getrennt oder zusammen. In Frankreich ist man ja nicht gewohnt, diese Frage im Restaurant. Dann habe ich schnell überlegt und habe gesagt, wir sind noch nicht zusammen, also von getrennt ist noch nicht die Rede. Naja, das war Berlin. Aber dann später war ich auch in Freiburg, am dortigen Theater tätig. Und Freiburg, sehr mildes Klima. Also wir hatten so 31. Dezember noch 13 Grad plus, am 1. Januar kalte Fond, wusch, minus 13. Und in meine WG kam einer rein und sagte, heute ist aber wirklich arschkalt. Dann habe ich meine Hand genommen, zu überprüfen und sage, aber Popo warm. Also ich erzähle, du bist jetzt ganz neu in Deutschland, also du kannst noch nicht richtig mit der deutschen Sprache umgehen. Also gut, es ist so, wir sagen, es ist kalt und die Steigerung, es ist arschkalt. Okay, habe ich gelernt, die Steigerung ist, ah, okay. Ein paar Tage später komme ich in meine WG zurück und sage, oh, heute habe ich eine arschschöne Schauspielerin kennengelernt. Arsch ist die Steigerung. Ja, also immer noch in Freiburg, da wollte ich auch mit dem Intendanten zusammenkommen und wir hatten damals noch kein Handy, so dass ich zu der Sekretärin aufgegangen bin und habe gesagt, ich möchte gern ein Rendezvous mit dem Intendanten haben. Da war die Sekretärin sofort gelähmt. Sie müssen wissen, in der französischen Sprache, Rendezvous bedeutet erst mal ein Termin. Rendezvous in deutscher Sprache wäre Rendezvous amoureux, so dass ich meine Frage wiederholen müsste. Ich möchte gern ein Rendezvous mit dem Intendanten haben. Und die Sekretärin, immer noch ganz beklemmend, sagte, wissen Sie, unser Intendant ist glücklich verheiratet. Ja, das sind die Schwierigkeiten, die man hat. Aber wobei, meine allererste Reise nach München, das war auch nicht so viel besser. Also ich kam zum Marienplatz und habe mir das Glockenspiel angeschaut. Ah ja, damit Sie auch ein bisschen Französisch lernen, das Glockenspiel auf Französisch. Und da bewundere ich die Sache und, oh, da hatte ich Kohldampf. Dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich mal in den Ralskeller. Und dann nehme ich nur meinen kleinen Zettel, also da waren meine Sprachkenntnisse auch nicht sehr gut. Und dann sage ich der Kellnerin, ich hätte gern ein LS. Antwort der Kellnerin, haben wir nicht. Nein, nein, aber Sie lachen, aber in Bayern lernt man schon gut, ne? Hier sagt man, haben wir nicht. In Norddeutschland sagt man, haben wir nicht. Und da spricht man an den Regenschirm, haben wir nicht. Nicht, nicht. Also haben wir nicht. Also dann habe ich meine Frage wiederholt. Ich hätte gern kein Weißbier, ein LS. Sie wissen, die Franzosen sprechen auch kein H. Naja, LS, ja. Ja, das sind die Schwierigkeiten, wobei meine Tochter, meine Tochter, sie kann auch sehr gut Deutsch, also ich spreche auf Französisch, sie kam einen Tag auf mich zu und sagte, Papa, regarde, also sie war gerade zehn Jahre alt, ne? Papa, regarde, je suis bientôt formé. Daphne, ich habe dir schon mal tausendmal gesagt, wir sind hier in Deutschland. Wenn ich mich mit Deutschen auf Deutsch unterhalte, du darfst mich auf Französisch ansprechen und musst mich auf Deutsch ansprechen. Cool, cool, Papa, guck mal. Guck mal, ich bin bald formatiert. Ja, ja. Inzwischen, also gestern bin ich auf Facebook gegangen, habe gemerkt, dass meine Tochter seit gestern mit mir befreundet ist. Ja, ja, also das sind die Schwierigkeiten, wobei wir natürlich auch andere Schwierigkeiten haben. Ein Wort schwierig für mich war, ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Also bitte zusammen. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Na, so, na, na. Doch ein Fehlerstromschutzschalter, bitte, so. Fehlerstromschutzschalter. Na ja, aber da gibt es ein Wort, ein Wort mit 24 Buchstaben. Also alle verschieden, ne? Das habe ich mir notiert, das kann ich nicht, äh. Also, Heizölrückstoßabdämpfung. 24 Buchstaben vom Alphabet, das heißt 95 Prozent, ne? Ich habe kalkuliert, ja. Und nicht zweimal dieselben Buchstaben, ne? Also, ein Wort, ne? Auf Französisch, anti-Bellier pour conduit de mazout. Ja, genau 24 Buchstaben, aber sieven Wörter dafür. Ja, ja, das ist die Schwierigkeit. Oh, mein Handy klingelt. Ich dachte, ich hätte es ausgeschaltet. Ich gehe schnell ran. Ah, Gertrude! Ja, nein, nein, ich bin allein. Ja, ja, okay, es geht mir gut. Wie bitte, was? Du bist ans Bett gefesselt? Achso, das bedeutet, du bist krank. Okay, weißt du was, ich rufe dich in ein paar Minuten zurück, ja? Okay. Ja. Wir haben auch, sie bringt mir auf Idee, ne? Wobei, in Französisch haben wir auch so eine Redebindung. Man sagt, Chloé au lit. Also, lit, bett. Chloé, genagelt. Ja, das ist eigentlich ganz interessant jetzt, ne? Also, nicht umsonst erzähle ich diese Geschichte, ne? Weil, das heißt, die Deutsche ist am Bett gefesselt oder Franzose kommt zum Nagel. Das nennt man die deutsch-fanzösische Zusammenarbeit. Ich habe diese Geschichte mit Absicht erzählt, wegen unserer Sex-Expertin vom ersten Teil. Verena, hast du die Lektion gelernt? Ja, ja. Also, auf jeden Fall, das ist, äh, äh, wir reden dann, äh, ja, wir müssen eigentlich uns bedanken bei Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die diesen Friedensvertrag dann 1963 gemacht haben. Aber, de Gaulle, de Gaulle. Äh, 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 der Ludwig Spender, unser Minister, ne, hat gesagt, wir müssen immer etwas vom Ersten Weltkrieg erwähnen, ne? Weil er findet, 100 Jahre Weltkrieg, es gehört dazu, gerade jetzt 100 Jahre Werder. Also, Charles de Gaulle im Ersten Weltkrieg. Er war in der Gefangenschaft, zuletzt in Ingolstadt. Und, äh, er war nur Hauptmann und als Offizier hat man einen besseren Status als die einfachen Soldaten, so wie ich, ne? So, dass der Kommandant ihn in seinem Büro eingeladen hat, hat gesagt, Obmann de Gaulle, möchten Sie Tee oder lieber Kaffee? Und de Gaulle, der die deutsche Sprache in der Gefangenschaft gelernt hat, dann bei dieser Frage, möchten Sie Tee oder lieber Kaffee, sagt er, lieber Tee. Das lohnt sich, die Sprache zu lernen. Ja, und das habe ich auch mit Gertrude gemacht, ne? Also, da waren wir auch, das Wort Beispiel, kannst du mir das Wort buchstabieren, ja? L-I-E-B-E, wunderbar. Und, äh, sagt, sie fragte mich dann, ob ich auch das Wort Amour buchstabieren kann, sagte ich, ja, ja, aber dann habe ich schon festgestellt, dass irgendwie Deutschland Frankreich liebt. überlegen Sie mal, jeden Morgen, da sieht man, jeden Morgen gibt es Croissants. Deutschland ohne Croissants. Oder Camembert, oder Creme Brûlée. Also, das heißt, die Liebe geht durch den Magen, sagt man, oder? Na, richtig? Ja, dann habe ich auch gedacht, ja, habe ich weiter recherchiert, dass die Deutschen eigentlich gern essen mit Soßen. Und die lieben die Soßen, wie die Jägersauce, oder die Champignonsauce, oder die Pfeffersauce, und natürlich auch noch die Franz-Sauce. Dann habe ich überlegt, ob die Franzosen auch die Deutschen lieben. Ja, da bin ich noch nicht fündig geworden. Aber ich habe festgestellt, dass die Franzosen die Deutschen bewundern. Und zwar nicht nur wegen der Automobilindustrie, wie Mercedes, oder BMW, oder Audi, oder die Waschmaschine A, E, G, also AEG, ne? Nein, 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 nein. Wegen der Mülltrennung. Also, wir Franzosen finden, dass die Deutschen Weltmeister in Sachen Mülltrennung sind. Stimmt doch, oder? Ja. Und das geht nicht nur für die Bundeshauptstadt Berlin, nein, 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 nein. Auch in München. Auch hier. Also, vor dem Auftritt müsste ich schnell da irgendwo, Sie wissen da, wo der Kaiser, äh, ne? Was sehe ich da? Drei. Drei Biswas. Wein, Bier, Softdrink, die Mülltrennung, bravo die Deutschen! Merci! Vielen Dank, Etienne! Wunderbar! Wir sind可以. Ja. Das war's. FindeVI. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.